Ich bin Anna Volkwarz, bin 25 Jahre alt und bin jetzt seit Juli hier bei der Itzehoher tätig. Ich habe vorher eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau gemacht. Ich bin hier angestellte Kundenberaterin, das heißt, ich unterstütze Jens und Dieter Reimers hier in der Agentur, die Kunden zu beraten, Verträge auf den neuesten Stand zu bringen, die Kunden in der Schadenregulierung zu unterstützen, wenn mal was da ist, Beistand zu leisten. Also alles, was quasi so anfällt, damit der Kunde zufrieden ist. Wir haben natürlich unsere Vertriebsleiter an der Hand, die uns da auch unterstützen am Vertrieb, wenn wir Informationen brauchen, Unterlagen brauchen. Und zum Einstieg gibt es auch die Agenturpartner-Ausbildung, die wir durchlaufen, die fünf Monate. Das sind verschiedene Schulungen und Seminare zu den verschiedensten Sparten und Themen, wo wir nochmal auf die Itzehoher Produkte geschult werden und alles genau besprechen. Bei der Itzehoher ist das so als Kundenberater, dass ich angestellt bin über die Itzehoher direkt und damit auch mein festes Gehalt jeden Monat erhalte. Ich habe hier bei der Itzehoher meine 40-Stunden-Woche. Und natürlich kommt das auch mal vor, dass ich mal einen Termin um 20 Uhr habe. Aber da sind wir so flexibel, dass man am nächsten Tag auch mal um 10 Uhr anfangen kann oder auf dem Freitag vielleicht auch schon mal um 14 Uhr Feierabend machen kann. Das gefällt mir auch total gut an dem Job. Man ist halt nicht ganz so festgebunden. Ich finde die Arbeit hier sehr vielseitig und nahe zum Kunden. Also ich finde das super interessant mit vielen verschiedenen Menschen und Charakteren zusammenzuarbeiten. Wir haben auch mal ganz viel Spannendes zu erzählen, die Kunden hier. Das finde ich auch mal super interessant. Genau und einfach diesen kein Tag ist gleich. Man kommt ins Büro, man weiß nicht unbedingt, was einer wartet. Manchmal kommen auch interessante Schadenfälle dazu. Dann haben wir von alt bis jung alles hier im Büro, was uns am Tag besuchen kommt. Oder wir fahren halt auch zu den Kunden raus.